Das Reflexivpronomen Euch Euch geht es heute gut. Nehmt euch bitte einen Stift. Er hat euch alles erklärt. Sie schenken euch Blumen. Ist euch langweilig? Ich gehe mit euch. Das Auto gehört euch. Er sagt euch die Wahrheit. Sie hilft euch dabei. Gefällt euch das Bild? Man schickt euch die Fotos. Ich habe mich um euch gesorgt. Ich habe euch ein Geschenk gekauft. Er hat euch die Geschichte erzählt. Wir haben euch die Fotos geschickt. Ihr solltet euch bei der Polizei melden. Ich schicke euch die Nachricht sofort. Er hat euch alles genau erklärt. Die Eltern machen sich Sorgen um euch. Wir können euch leider nicht weiterhelfen. Ich habe euch schon lange vermisst. Ich habe euch etwas gekauft. Gehört das Auto euch? Denkt an euch selbst. Es liegt an euch. Verlasst euch nicht auf andere. Macht euch keine Sorgen. Habt ihr euch schon entschieden? Ihr solltet euch gegenseitig helfen. Habt ihr euch den Film angesehen? Könnt ihr euch noch erinnern? Habt ihr euch angemeldet? Habt ihr euch gefreut? Da geht's euch noch. Ja. Habt ihr euch geolten? Wenn er sich wievout ist. Besches Aqui geht's. Wenn du ihm caos dir peu économisch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.